Blitzmeldung am Mittwochnachmittag. Björn Höcke von der AfD stand zum zweiten Mal vor Gericht und wurde erneut verurteilt. Diesmal zu einer noch höheren Geldstrafe von 16.900 Euro. Wir gucken uns diesen brisanten Fall. Und wer hat eigentlich Björn Höcke angezeigt? Ein Grüner nebenbei gesagt. Gucken wir uns ganz genau in diesem Video an. Moin zusammen, ich bin Olli. Für kritischen Content jetzt ein Abo dalassen. Und ich empfinde dies als absoluten Schwachsinn. Was hier gerade passiert, was hier abgelaufen ist mit dem Björn Höcke und ihm unterstellt wird und sonstiges. Es wird argumentiert, er wäre ja ein Geschichtslehrer und deswegen müsste er wissen, welche Parolen es gibt und welches nicht gegeben hat und ähnliches. Ich ehrlich gesagt kannte dieses Alles-für-D-Punkt vorher nicht. Und wenn man sich jetzt diese Gerichtsentscheidung anguckt, die gerade vor ein paar Minuten rausgekommen ist, sehen wir hier bei T-Online. AfD-Politiker Björn Höcke zu Geldstrafe verurteilt. Das ist ja der zweite Fall. Wir müssen ja noch mal ein paar Wochen zurückgehen. Da wurde ja vor dem ersten Gericht schon entschieden, er müsse 13.000 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, diese Strafe bezahlen. Und gilt damit als vorbestraft, weil es 100 Tagessätze waren. Ab dem, oder wenn es über 90 Tagessätze sind, dann gilt man als vorbestraft. Haltet das mal im Kopf. So, und jetzt erhält er hier tatsächlich 130 Tagessätze zu jeweils 130 Euro und muss also beim ersten Prozess diese 13.000 Euro bezahlen und jetzt beim zweiten hier auch noch 16.900 Euro. Leute, was hier mittlerweile passiert, das ist wirklich so unsäglich, sowas von unfassbar. Er soll ja angeblich sein Publikum animiert haben, diese Parole zu vollenden. Er berichtete darüber, so habe ich das bei dem Vortrag, den er da auf der Demo gehalten hat oder Veranstaltung, so wahrgenommen, dass er darüber berichtet, jetzt stehe ich da vor Gericht, weil ich gesagt habe, alles für. Und zack, auf einmal schreien alle im Publikum, das war ein anderer Wort mit D. Und dann heißt es, er hat die Leute dazu animiert. Ihr könnt es für euch mal bewerten und gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich finde es einfach nicht mehr normal, was hier passiert und mit was für Situationen sich die Gerichte hier beschäftigen müssen. Wir sehen ja hier, dem Urteil zufolge äußerte er auf einer Veranstaltung seiner Partei im Dezember im thüringischen Gera die verbotene Losung der NS, SA, alles für D, beziehungsweise animierte sein Publikum dazu. Was heißt hier beziehungsweise? Beziehungsweise, er hat es nicht gesagt bei dieser zweiten Veranstaltung im Dezember letzten Jahres. Das war das Publikum. Warum wird denn hier beziehungsweise geschrieben? Schon im Mai war Höcke wegen des gleichen Spruchs zu einer Geldstrafverurteilung, er ging in Revision. Ja, und die läuft auch noch, die Revision. Und dementsprechend bin ich gespannt, was da rauskommen wird. Es ist, egal wie man es dreht und wendet, absolut unfassbar, wie ich persönlich finde. Und wir sehen auch noch hier eine Stimme dazu von Alice Weidel, empfindet die Debatte um Höcke-Prozess als, Zitat, Kinderkacke hat sie das Ganze hier nämlich genannt. Und ich finde auch, dass wir in diesem Staat, in diesem Land deutlich wichtigere Probleme haben, über die wir mal diskutieren und sprechen sollten. Das wäre doch mal angebracht, dass wir hier eine Kriminalitätsrate haben, die mittlerweile durch die Decke geht, dass wir zahlreiche Messersituationen in Deutschland mittlerweile haben. Statistisch gesehen sind es über 70 pro Tag. Und das passt einfach hinten und vorne mit dem Vorgehen nicht mehr zusammen. Das Vorgehen, was definitiv gut ist und funktioniert, ist Freedom24. Wie viele von euch wissen, habe ich dort ja mein Aktien-ETF-Portfolio und ebenso auch Tagesgenfestgeld. Und jetzt festhalten, es gibt wieder eine sehr geile Aktion, wenn ihr euch dort registriert oder bereits seit dem 1. Mai diesen Jahres registriert habt, dann könnt ihr jetzt, wenn ihr Geld einzahlt, 5.000 Euro oder über 20.000 oder über 50.000 Euro Gratis-Aktien bekommen. Drei Gratis-Aktien bei 5.000 Euro und dann so gestaffelt weiter 10 oder 20 Gratis-Aktien. Also wirklich, wie ich finde, eine supergeile Aktion, die hier wieder mal gemacht wird. Und wer noch kein Freedom24-Depot hat, der sollte sich jetzt spätestens überlegen und diese Gratis-Aktien mitnehmen. Ich habe das ja im April bereits auch gemacht, da galt das ja auch für Bestandskunden. Sieht man hier, da habe ich einen Einstandskurs von 0 Euro. Die Aktie habe ich kostenfrei bekommen und zweimal die Nordex SE, hier ebenfalls auch 0 Euro für gehabt. Ich packe euch den Link dazu unterhalb des Videos in die Beschreibung rein. Dann habe ich ja gerade eben angesprochen, wir müssen ja auch nochmal gucken, wer hat denn eigentlich den Herrn Höcke wegen dieser Situation angezeigt? Das ist ein Grüner und das sehen wir nämlich hier. Grünen-Politiker im Interview. Er wird bedroht, weil er Höcke vor Gericht brachte, heißt es hier. Und das ist der Sebastian Striegel aus Halle, sitzt seit 2011 für die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und Gewalt oder auch hier Bedrohung und Ähnliches ist mit nichts zu rechtfertigen, absolut nicht. Man muss solche Kandidaten auf der Sachebene stellen. Genau so, wie es ja angekündigt wurde, dass man die AfD stellen möchte. Ich warte bis heute darauf, die Argumente bleiben leider hin weiter aus. Und jetzt ist aber interessant, wer ist denn eigentlich der Herr Striegel? Wenn wir uns nämlich hier diese Nachricht nochmal angucken. Geldstrafe für grünen Politiker wegen Unfallflucht vom 24. Januar 2017. Da sehen wir nämlich hier, wegen Fahrerflucht nach einem Unfall muss der grünen Politiker Sebastian Striegel seinen Führerschein abgeben und eine Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Bernburg erließ Strafbefehl gegen den parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Striegel erklärte auf Facebook, dass er die Strafe von 30 Tagessätzen zu je 120 Euro, 3600 Euro akzeptiere. Zudem wird ihm für sechs Monate der Führerschein entzogen. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet. Hieß es seinerzeit hier. Und jetzt setzen wir das doch mal in Relation. Da fährt jemand mit dem Auto, hat hier offensichtlich Fahrerflucht begangen. Wirklich eine schlimme Situation. 30 Tagessätze zu je 120 Euro Strafe. Der Höcke hat 130 Tagessätze zu jeweils 130 Euro bekommen. Und bei der letzten Situation waren es 100 Tagessätze zu auch 130 Euro, deswegen 13.000 Euro. Und jetzt hier nochmal 16.900 Euro. Das in Relation gegenübergestellt, finde ich, macht diese ganze Situation noch unfassbarer für einen Satz. Drei Worte, die er gesagt hat, bei 13.000 Euro. Und einmal, wo er es nicht selber gesagt hat, sondern angeblich die Menge animiert haben soll, 16.900 Euro. Ich denke und gehe davon aus, dass der Herr Höcke in Revision gehen wird und halte euch darüber natürlich auf dem Laufenden, ob und was da passieren wird. Wir gucken nochmal, die Bild hat hier auch die Schlagzeile mit drin, läuft hier gerade oben auch als Breaking News durch. Aber die haben noch nicht so viel runtergetippt. Da haben wir noch keine Wortmeldung oder ähnliches jetzt direkt von dem Herrn Höcke nach diesem Urteil. Sobald es da was gibt, ich halte euch im Laufenden. Dem Urteil zufolge äußerte er in Veranstaltung seine Partei im Dezember hier in Gera die verbotene Losung. Alles für die beziehungsweise animierte sein Publikum. Und hier wird das auch genau so wiedergegeben, wie wir es gerade bei T-Online auch schon gesehen haben. Er hat es nicht selbst gesagt bei dieser zweiten Situation. Das möchte ich an der Stelle hier wirklich nochmal klipp und klar festhalten. Festhalten müsst ihr euch auch, dass ihr bei Freedom24 die Gratisaktien bekommt. Und welche das sind, das sehen wir nämlich hier auf dieser Seite. Das heißt so zum Beispiel eine Microsoft für über 400 Dollar aktuell, eine Netflix über 600, eine Nike mit über 75 Euro. Aber auch zahlreiche andere wirklich spannende Aktien. Hier zum Beispiel bei McDonalds über 250 Dollar aktuell gehandelt. Also wirklich ganz viele schöne, coole Aktien, tolle Aktion. Deswegen ist der Link unterhalb des Videos jetzt drin. Guckt es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wandern. Jetzt bin ich raus und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu der Situation. Um Björn Höcke und diese Entscheidung des Gerichtes. Mal gucken, wie das Ganze weitergehen wird. Ich halte es im Laufenden. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten und ciao.